Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Rocket League. Wir spielen hier diesmal gegeneinander und zwar spielen Bjarne und ich gegen Aaron und Martin. Und ja, was ihn mal gewinnt. Als wenn das nicht schon klar ist. Ich hoffe, bei mir ruckelt das nicht, aber es müsste eigentlich klar gehen. Ah Kai, was machst du? Wir haben eben gerade so richtig heftig die ganze Zeit Wettkampf gespielt und wir waren kurz vor dem Gold-Rang und dann haben wir so richtig Kacke gespielt einfach. Komm, jetzt müssen wir mal hier zeigen, wo der Hammer hängt. Wettkampf ist Rangeliste, ne? Ja, genau. Das macht einfach so richtig Spaß. Nein! Oder auch nicht, wenn man richtig auf die Fresse kriegt. Ja, mit Kai ist das ja nichts Neues. Geht halt voll. Mal gucken, wer hier am Ende gewinnt und dann machen wir noch eine Revanche. Scheiße. Noch eine? Ich würde sagen, wir machen zwei von drei, oder? Kann man dann schon hochladen, kann man sich gut angucken. Ja, okay. Nein! Los, Madin! Der ist safe! Oh, der kommt mit, der kommt mit. Ah, ich hatte keinen, ähm, Boost. Den mach ich! Oh, shit. Yo, ihr Hunger, die Plays, die Plays. Ich bin eben grad vorhin richtig ausgerastet, deswegen jetzt ein Übelhalser. Das war so witzig. Ah, die kann die Zeit solche richtigen, solche minderwertigen, Alter. Und dann spielen die so richtig scheiße und machen so Traumtore, aber nur so aus Glück halt, ne? Äh, so wie du. Das denkst du. Nee, das ist einfach realer shit. Schön, Janu. Ja, bei mir ist grad schon... Oh, shit. Ja, voll, Junge. Okay, das war mein Fail. Mir hat grad echt kurz ein Connection-Ruckel. Übrigens, ihr beide schön mit, äh, Snoop Dogg-Profilbild. Ich hab das grad hier aufgeblendet. Ja, das sind schon... Wir sind das Team Weed. Ja. Das ist, Madin, du fährst. Mann, ich hatte grad so'n richtigen Verzieher wegen dem Ruckel. Nein. Gut, nice. Ja, zwar 100er Ping schon wieder, danke dafür. Danke, Merkel. Los, Marin. Danke, Merkel. Du hast frei. Nein, du hast nicht frei. Okay, bleib mal hinten. Gott, wo spring ich hin? Du hast frei. Okay, den mach ich dann halt. Nein, 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 oh! Ich für dich, ich für dich. Oh, das wär echt hier... Oh, 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 der ist doch voll in der Mitte, Mann. Könnt ihr fliegen? Was? Fliegen? Ja. Ich kann nur fahren. Nur ein bisschen, aber sehr wenig. Nee, fliegen ist so richtig... Also, wenn man's kann, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Ja, wenn man's kann. Er ist auch schwer. Kai, mach mal rein. Nein! Fuck, Junge! Richtig zu hoch angesetzt. Kai, mach mal rein, er schießt ihn an der Decke. Auch nicht schlecht. Ich hab ihn ein bisschen auf der Highline geblieben. Was, 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 was? Lass! Junge! Ja, Junge! Ey. Wir müssen so planen wie vorhin. Warte, warte. Marlin, für dich. Verlieren wir ja wieder 6-1. Oh! Mist. Marlin, jetzt! Wir haben halt nie 6-1, wir haben 4-1. Nein! Oh, lass auf! Was, wo bist du denn? Ja, ich bin hinten. Nein, nein! Ich bin vorbei gedrivet, Junge. Oh, fuck. Oh, du Scheiße, der kam ein bisschen zu hart. Marlin, für dich! Schön, Jan. Wo bist du denn? Der Boost-Tor. Jetzt, für dich! Kriegst du die Küssen? Bleibt der Boost. Warum machst du den nicht weg, Mann? Ich hab auf Boost gewartet. Ja, Junge, ich hätte ihn extra für dich so gehalten. Nein! Nein, 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 Scheiße! Komm, baller weg, baller weg, weg, weg. Oh, shit, Junge. Shit, einfach nur 1-0. Das ist so ein richtig ausgeglichenes Spiel einfach. Weißt du, ein Fehler gemacht, Tor, aber jetzt ist es so richtig ausgeglichen. Ah, kacke, okay. Ja, komm, der muss drin sein, der muss drin sein. Jawoll. Wir müssen uns besser absprechen, vorne. Du musst mal Tore reinmachen. Hier, 40 Punkte. Ich mach die ganzen Shit, also du machst nichts. Ich fahre. Du fährst, du fährst. Ey, Kai, hör mal weg. Okay, ich fahre nach vorne. S-A-F-K. Ja, gut, Kai. Ja, danke dafür, ey. Danke, echt. Ja, war das Internet. Danke, Merk. Es war echt das Internet, Mann. Ja, man hört's, weil man hört dich nicht. Echt nicht? Ja, jetzt habe ich gerade schon wieder so ein... Nice, safe, Maddin. 338er Ping. Jetzt geht's wieder. Ich nehm mir das mal. Das ist doch kein Spaß mehr hier, Alter. Let me doch am Zuckerle. Oh, shit. Nein. Da habe ich noch. Nee. Das fällst du nur ein Testspiel, ne, übrigens? Oh, was ein niceer... Wahrscheinlich. Ja, genau, warm spielen. Nö. Ich meine, was denkst du, wie lange ich die Spiele nicht mehr gespielt habe? Ja, ich muss gerade ein 3 GB Patch runterladen. Das ist nur das Weltraum-Update. Ja, ne, Mann! Jawohl! Enttäuscht mich doch nicht! Junge! Oh, nein! Wenigstens hier nicht mit 1. Ach, egal. Scheiße. Schön, schön, los, los, los. Auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden. Ja! Ah, Madi hätt's aber auch haben können. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und weiter geht's. Äh, Runde 2. Mal gucken, wer die jetzt gewinnt. Sind alle am Start? Jawohl. Ja. Natürlich. Du fährst, Madi. Mein Ping müsste eigentlich jetzt besser sein, hoffentlich. Und jetzt, zack, richtige Frame-Up. Oh, nein. Verklickt. Ah, ihr spielt beide mit Tastatur, ne? Ne, Madi spielt mit Gamepad, oder? Ich spiel Gamepad. Gamepad. Nein, Tastatur. Jetzt machen wir uns die richtigen Pros. Hier. Für dich, Madi. Ja, sehr gut. Nein, Pialle, Mann, was machst du? Mann, du Hund. Ja, hallo, Chilo. Sag doch einfach, dass du kommst, und dann gehe ich nicht an den Ball. Aber nein, ich sag, ich mach bloß keinen Call. Ja, ich dachte, wir verstehen uns so. Oh, zerstört. Hat er verdient. Spaß. Unbesiegt. Das musst du im Boyz-Shit sagen, Martin, sonst passt das nicht. Bjarne, baller mal vorne rein, schön. Nö, der macht einfach so rein. Ballrückzieher. Jawoll. Junge. Mann, wo warst du denn wieder? Ich hätte doch nicht ein Tor geschossen, Alter. Ja. Ach, ja, sicher. Cool. Aber du kriegst es nicht hin, einfach mal so ein Monat. Ich fahre. Ja, mach das mal. Ah, der ist doch hier hinten. Zack. Keiner vorne. Warte jetzt aber hier, ne? Boah, shit. Ist für dich. Hab ich. Ah, bin ich aber geflogen hier, du. Du bist schon angespannt hier. Mach ihn doch rein, Kai. Junge. Befreiungsschleck. Hier, deiner. Schatten. Oh, Maddie. Warte, warte. Ah, fuck. Da hat er wiederum gelackt. Warte. Ah, nee. Na, okay, shit. Wenn der nicht geht, ne? Wenn der nicht geht. Ja, gut, scheiße. Oh, oh, Ausgleich. Das war gut angeschossen, angeschnippelt. Ey, der war traumhaft. Ja, da kann man nix machen, da. So ein. Nicht nice. Ja. Ist los. Maddie. So fair ist Maddie. Seid ihr auch die PS-Profis? Nein. Ich bin, dass du eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, danke, Merkel. Eins nicestore, Kai. Dankeschön. Ich hab nicht, was Maddie wieder macht. Okay. Nee, da kann man nix machen, Mann. Das ist ein richtiger. Ah, nix. Wer hat denn hier Kai die Vorlage gegeben, Aaron, ne? Wer ist denn mal ein Tor eingetroffen? Ja, man. Ist ja alles gar nicht passiert, wenn du nicht die Ball so schön vorgelegt hast. Ey, ich hab mir schon ein Tor gemacht, ne? Ja. Also war ganz ruhig da hinten. Hast trotzdem noch 20 Punkte mehr. Nur. Ah, fuck. Ja, schön, schön. Kann ich mal rein? Nein, ich bin unten drunter durchgefahren. Weg, Maddie. Ich hätte so einen Lieferwagen gebraucht, Mann, der wäre da drin gewesen. So einen dicken. So einen, mit dem die Pädophilen immer den Kindern Eis verkaufen. Maddie, jetzt mach's den aber. Junge, fuck. Oh, jawohl. Das ist spannend. 2-2. Ah, belastend. Easy. Nein. Das war ja so knapp. Oh, fuck. Ich bin gefahren. Ja, komm, komm, komm. Ja. Der muss drin sein. Jawohl. Oh, Junge. Glückstor. War gewollt. Du fährst, Mann. Ich fahr ab. Ja. Oh. Oh, die Plays. Boah, übel am Längen gerade bei mir. Nice. Du fährst? Ich fahre. Lass, lass, lass. Ja, gut, das war zu weit weg. Endlich mehr Boost. Das ist verteidigt. Gut. Kommt wieder. Warte. Jetzt. Oh, nice. Ja, der... Wenn der geht's. Christa... Jawohl. Schön. Das machst du aber, ne? Ah, schade. Mann. Oh, jetzt ruckelt's schon wieder. Ja. Was für ein Tor, Alter. Junge, hier kommt ja ein schöneres Tor an auf den anderen. Ja. Ja. Ganz hinten. Ich hab nur gegen gefahren. Fährst man hin. Jo. Oh, wo ich hinfahre. Eieiei. Hit. Bis nach T-Highland. Komm, ein Tor müssen wir noch machen, damit wir ja nächstes nicht so 1-0 gewonnen haben. Oh, wir dürfen keinen mehr reinbekommen auf jeden Fall. Warum bist du nicht im Tor? Warum bist du nicht im Tor? Oh, Junge. Das wär jetzt doch nicht das erste Mal. Nein. Oh, warum? Der muss immer so hoch hüpfen, der Drecksball. Oh, ich komm wieder her. Oh, ich komm wieder her. Mach in der Mitte. Mach in der Mitte. Mach in der Mitte. Ja, der hängt hier oben noch. Oh, nee. Musst du abspringen. Wo warst du denn? Ich war in der Mitte. Hab drauf gewartet, dass du in der Reimler hast. Nein. Ich wurde angebufft. Jo, fick die Dicken. Fuck, sorry, Kai. Mein Fehler. Fick die Dicken. Sorry. Das ist ekelhaft. Du bist lache, Alter. Weißt du, du bist in der Bust. Fuck. Oh, Bernd, hau weg. Jawohl. Gut. Okay. Hey, das ist doch zerstört. Hä? Hä? Bei mir hab ich den Ball einfach ins Tor gemacht, weil immer ist er ganz anders. Was soll denn der, Bums? Fick die Dicken. Das ist voll geil. So, jetzt aufpassen, dass der Ball nicht irgendwie... die Scheiße fällt. Ah, das geht hier in die Nachspiel. Ja. Der Mann, den keine Scheiße macht. Easy. Ne, ne, der ist aus. No, heis. Nachspielzeit. Bjarne? Äh, ich fahr. Ja, fuck. Junge. Martin! Das kann's jetzt sein. Was machst du hier vorne? Das kann unsere Entscheidung sein. Junge, das kann die Entscheidung sein. Ja, ja! Mann, ja! Ja, Mann, ja! Oh, ich hab schon gesessen. Ich hab ihn schon gerettet gesehen, Mann. Oh, fuck. 190 kmh, okay. Boots. Da hat er nicht mal... Äh, aber du aufs Gartenballer rückt. Ja, ich würd sagen, äh, gut gespielt, ne? Ja. Hat Spaß gemacht, ne? Ja. Ja, die Tore von Bjarne. Na gut, ich würd sagen, Bjarne ist eindeutiger Spielmacher. Äh, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, hat noch einen schönen Tag. Tschau. Tschö.